Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es wieder mal um kritische Bereiche, diesen nämlich das eigentlich komplizierte hier beim Multithreading. Und ja, wir wollen uns heute mit Spinlogs beschäftigen. Spinlogs sind noch nicht in C++ selbst implementiert. Das heißt, wir müssen das quasi selber machen. Das geht durchaus. Wir müssen dafür mit Atom... Atom-Operation... Atomic Operations, okay? Der Begriff ist englisch. So, Atomic Operations arbeiten. Das heißt, Operationen, die wirklich nicht unterbrochen werden können. Das sind Mini-Bereiche im Code, die so klein sind, dass ein Betriebssystem die Ausführungen an dieser Stelle nicht pausieren kann, ohne dass das noch durchläuft. So, und deswegen benutzen wir hier mal Hashtag Include Atomic. So, und diese atomaren Operationen, jetzt habe ich tatsächlich einen deutschen Begriff gefunden, die kann man benutzen, um ein sogenanntes Spinlog zu produzieren. Und warum? Das werde ich auch gleich erzählen. So, wir bauen uns das jetzt hier mal selbst ganz kurz. Und zwar schreiben wir uns eine Class Spinlog. Und diese Klasse verwendet Atomic Flags. Ein Atomic Flag, nennen wir sie einfach mal Flag, ist gleich Atomic... Atomic... Atom... Atomic... Atomic-Flag-Init. So, und das ist jetzt eine Flagge, die wir verwenden können. Die ist super, super effizient. Was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir bauen uns quasi Public einmal zwei Funktionen, einmal eine VoidLog. Und die macht folgendes. While... So, und jetzt müssen wir quasi einfach nur überprüfen, ob diese Flagge hier verwendet wurde, oder ob sie noch frei ist, sozusagen. Das heißt, wir bauen quasi Flag.test-and-set. Also, wenn Flag.test-and-set funktioniert, dann läuft das hier quasi weiter. Also, solange wir quasi die Flagge nicht benutzen können, bleiben wir in der Wildschleife gefangen und tun einfach nichts. Das heißt, es ist, als würde ich so machen, sozusagen. Tun hier quasi nichts drin. Und sobald wir die Flagge benutzen können, landen wir dann im Log drin und acquiren die Flag. So, und natürlich, die zweite Operation ist hier ein VoidUnlock. Und die können wir so verwenden, indem wir hier sagen Flag.clear. Ja, und damit wird die Flagge wieder frei. So, jetzt, warum sollte ich sowas verwenden, statt einem ganz normalen Mutix? Also, ich meine, die Operationen funktionieren im Endeffekt genau gleich. Wir können hier sowas machen wie, achso, Achtung, ja. SpinLog muss jetzt hier draußen definiert werden. SpinLog.spin. Und hier drin sagen wir dann einfach nur Spin.log. Und wenn wir dann irgendwie was gemacht haben, also zum Beispiel das hier haben wir gemacht. Dann sagen wir Spin.unlock. So, und ja, jetzt müssen wir hier tatsächlich von Hand wieder locken und unlocken. Das müssen wir quasi von selber jetzt machen. Wir können es allerdings auch durchlaufen lassen, denn, beziehungsweise out of scope laufen lassen und dann hier quasi von selber verwalten. Also, das können wir durchaus noch hier implementieren. Mache ich jetzt hier nicht. Das könnt ihr als Übung machen, wenn ihr wollt. Aber der Unterschied ist jetzt folgender. Mutix und SpinLog, die arbeiten einfach unterschiedlich. Das bedeutet hier, dass das SpinLog verwendet hier wirklich ein Busy Wait. Und das heißt, wir versuchen die ganze Zeit hier diese Flagge zu acquieren. Und wenn wir sie acquieren, dann läuft die Log-Funktion weiter. Das heißt, diese Log-Funktion macht sozusagen, also führt wirklich zu 100% Auslastung in diesem Ding. Und das ist ja eigentlich eher erstmal was Schlechtes. Aber, also ich habe hier quasi wirklich dieses Busy Waiting. Das habe ich beim Mutix hier nicht. Ihr könnt gerne mal das Ganze mit ein bisschen Sleepen probieren und einfach mal eure CPU-Auslastung vergleichen. Wenn ihr SpinLogs verwendet, sind eure CPU-Auslastung wirklich maximal hoch und beim Mutix halt eher niedrig. Weil bei Mutix, äh, bei Mutix genau, bei Mutix wird tatsächlich der Thread schlafen gelegt. Das heißt, ihr müsst ihn auch wieder aufwecken und das macht ihr über, ähm, über gewisse Signale. Und das alles verbraucht mehr Zeit als das Busy Waiting. Und das bedeutet, wenn ihr wirklich absolut zeitkritischen Code habt, was ja durchaus auch mal vorkommen kann, also gerade wenn wir irgendwie an, ähm, Embedded Systems denken, also irgendwie sowas wie Auto oder sowas, ähm, dann ist es sinnvoller, wenn man hier tatsächlich am Warten ist, ja, ähm. Und quasi die ganze Zeit den Prozessor zwar auslastet, aber dafür auch wirklich sicher gehen kann, dass wenn die Flagge frei wird, dass ich innerhalb von wirklich der aller, aller kürzesten Zeit mir auch meinen Lock wieder acquiren kann und weitergehen kann. Den Thread wieder aufzuwecken, da muss wieder ein bisschen Kopierarbeit geleistet werden und das dauert in der, äh, in der Regel eher ein bisschen länger. Das heißt, SpinLogs sind schneller, verbrauchen aber deutlich mehr CPU-Auslastung, okay? Okay, das heißt, wenn ihr irgendwie was habt, was nicht zeitkritisch ist, also kein Echtzeitsystem, dann könnt ihr durchaus Mutex verwenden, während wenn ihr was wirklich zeitkritisches habt, dann lieber ein SpinLog. Okay, gut, das soll es erstmal gewesen sein, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.